Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein, lautet das Motto für die Registrierungsaktion der DKMS. Eine solche hatte die DKMS zusammen mit der Narrenzunft Kalkweildämonen Rottenburg e.V. am Sonntag im Rettungszentrum Rottenburg für Britta organisiert. Die zweifache Mutter hat im August die Diagnose Blutkrebs bekommen und braucht eine Stammzellenspende, um wieder gesund zu werden. Für sie ließen sich einige Personen testen, ob sie als Spender in Frage kommen.